Wenn Sie eine interessante Aktie gefunden haben, fügen Sie diese einfach Ihrem Merkzettel hinzu. Hierfür klicken Sie auf das Kästchen in der Spalte Merkzettel. Ist das Kästchen angeragt, so befindet sich die Aktie in dem derzeit ausgewählten Merkzettel. Welcher Merkzettel ausgewählt ist, sehen Sie oberhalb des Screeners in der Rubrik Merkzettel. Um die Aktien zu sehen, die Sie Ihrem Merkzettel hinzugefügt haben, klicken Sie auf den Button Filter ist aus. Ein erneuter Klick auf den Button und es werden wieder alle Aktien angezeigt. Sie können so viele Merkzettel anlegen, wie Sie möchten. Klicken Sie hierfür auf den Button Anlegen. Wählen Sie Standard aus, damit der Merkzettel beim Starten des Aktienfinders automatisch als ausgewählter Merkzettel geladen wird. Über den Button Speichern können Sie Ihren Merkzettel umbenennen und über den Button Löschen Ihren Merkzettel bei Bedarf auch wieder löschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.